Lass ich nicht mehr. Das ist ein anderes Auto. Ja, das ist ja auch ein Foto. Das ist ja mein Wieser. Und jetzt? Kann man rösten? Ja, die können ja auch den Münchspeicher. Vielleicht habe ich ja mein Handy die Infos nachher eingebaut. Machen wir so, dass die meisten durch die Scheranwaltin. Ja. Das ist was anderes natürlich. Ob die da rausgucken da oben? Das haben wir lassen. Stimmt. Da kommt was, da kommt was. Ganz großes. Das haben zwar noch gar nichts. Aber es regnet, man macht alles das jetzt. Ja. Okay. Das klebt zusammen wie vor uns. Kennst du die? Die ist mal ausgerastet bei Markus Lanz. Das stimmt. Was mit Markus Lanz? Die ist mal ausgerastet bei Markus Lanz wegen Dschungel. Achso, kennst du die? Die ist dann zu Stefanie gekommen. Achso, die hat irgendwie... ...was ist irgendwas mit per... ...guck mal. Nee, nee. Und über die Geistes. Ach, das habe ich schärst. Das ist gedruckt? Das ist nicht gedruckt. Doch, das ist eine Fotografie. Erzähl euch mal wie das läuft. Ich habe das geschrieben, habe fotografiert und tausendmal... Also gescannt. Achso. Und das kriegt ihr mit, ja? Achso. Ja klar. Ich bin so faul. Aha. Deswegen kriegen wir es einfach nochmal vorbei. Hier wird alles enttarnt. Wie hier die Kamera hier drin? Drei-Wetter-Tag. Ja, das ist Drei-Wetter-Tag. Da kann es regnen. Mein Gäfrin, so geht alles. Drei-Wetter-Tag. Sie merken schon, sie sind jetzt auch zum Arbeiten hier, ja? Also nicht nur Freizeit und so, ja? Das ist hartes Brot, ja? Ich muss auch da oben was sagen. Also nicht nur hier, meine Liebe. Glauben Sie nicht, dass ich als Zuschauer da drin sitze? Da wäre ich nicht in der Leipzig gefahren. Doch. Doch, doch, ja. Aber erst am 9. November. Danke. Wir haben uns letzte Woche gesehen in Köln. Jetzt sehen wir uns wieder. Ich kann nur sagen, Leipzig, ich danke euch. Danke. Schönes Parfüm. I. F. Opium. Zack, 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 zack. Da laufen die Milchdorf. Da laufen die Milchdorf. Da laufen die Milchdorf. Das ist der Milchdorf. Das ist der Milchdorf. Das ist der Milchdorf. Das ist der Milchdorf. Da damos. Das O読 didn't. Das ist der Milchdorf. Die Milchdorf konnte in Berlin nicht mehr lachen. Warum das? Das ist der Milchdorf. да. Ich weiß nicht, dass die Kälte gar nicht mehr sind. Ich weiß nicht, dass die Kälte gar nicht mehr sind. Ja, klar, gerne. Ja, das war ich noch. Hm, Glorious Bastos. Ich hoffe, die bleibt stehen, dann steigt es draußen. Dankeschön, machst du da? Dankeschön. Hallo, zack! Danke! Schönen Abend! Äh, so, äh! Testen Sie nicht, warum die beiden? Ja, da ist es gut. Ja, da ist es gut. Ja, da ist es gut. Oltre-Kauf. Ah, nein! Ja, also, Oltre-Zentern. Ja, also, wie es da heißt, ja genau. Wegen Gassin Wagner? Nee, da war Gassin Wagner. Ja, da war Gassin Wagner, ne? Gassin Wagner? Ja, stimmt. Gassin Wagner, ne? Ja, stimmt. Gassin Wagner, ne? Ja. Ja, Fleischschi. Sehe ich gleich, wenn es drauf ankommt. So, einmal den Regenschon ein bisschen rüberhalten über die Mayella. Ach, wegen Gassin Wagner. Genau. Und einmal herschauen, ne? Und dann Regenschauen, da passiert ja nichts. Oh, Schnelli! Die verliere ich immer. Die wird schicken. Schicken Sie mir den zu. Okay. Die kriegen auch was zurück. Ah! Egal was ich schicke. Hahaha! Der Limbock, oder? Ist er nicht, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, ist er nicht. Weil ich auch über Magdeburgs besser. Ich mag die Schrecke lieber. Ja, ja, ich auch. Da muss ich den Wege nehmen raus. Richtig? Nee. Ja, der Terminale warst du nicht, oder? Was? Ansonsten haben alle glaube ich nicht. Der Terminale warst du nicht, oder? Der war letztendlich auch nicht. Na, na, da war ich nicht so nominiert. Der war doch auch nominiert, gleich. Ach so. Ich hatte noch mal ein paar Einstellungen. Du weißt nur, wie wir ruf die Kumpflanz. Berlin ist so. Ja. Deshalb glaube ich schon. Die kommen nicht bei denen nicht klappt. Genau. Die Sorge, die Sorge. Die Sorge, die Sorge. Die Sorge, die Sorge. Die Sorge. Die Sorge. Die Sorge. Nur unterwegs, nur unterwegs. Ja. Saul, Saul. Ja, geht ja. Ja, ist klappt, ne? Ja, unter Stress. Arbeiten in der Gänse Sonne auch noch. Ja, das ist für die. Das ist eine Nebenbeschäftigung. Hahaha! Tja, eine Gönne. Eine Gönne. Eine Gönne. Eine Gönne. Eine Gönne. Und ich wurde ja sagen, das sind die Karte schon von Weitem. Ja, das ist gut. Ja, das ist auch gut. Nee. Nee. Aber wo ist die Ecke? 54er Weltmeister und auf dem Bahnhof. Aber ja, auf dem Bahnhof. Auf dem Bahnhof, auf dem Bahnhof. Er kommt ja noch mit ihm. Er kommt ja noch mit ihm. Wurde, hier. Ja, da ist ja noch mit ihm. Oh, komm mal sooo! Det ist doch noch mit ihm. Aha. Ja? Bohe, hier habe ich noch mit ihm. Ja, das ist doch mal. Oh, ja... Was ist denn hier? anstabliert anstabliert Dankeschön. Was werden wir doch? Das war ich! Selber! Vielen Dank! Vielen Dank! Bulli! Ist das die Schauspielerin? Miriam Agisheva? Ich weiß es, ich sage es nur, ich kenne sie noch nicht so richtig. Ich würde mich da kurz mit dem Wasser passen. Jetzt schon noch die Uhr her würde ich sagen, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ist die Lama? Nee, 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 nee. Bulli kann nicht voll. Hm, das kann nicht gehen. Die Nebel haben auch nicht so Nebel. Nee. Könnte sein, ne? Nein. Ey, Elisa ist nur da, die Siegen. Ach so. Was weiß ich nachdem, ey. Nach rechts und zurück oder in Trümmer? Trümmer hier noch, oder? Nein. Aber hier haben wir...